und herzlich willkommen zu minecraft so und es geht auch tatkräftig weiter wie beim letzten mal so und ich lauf jetzt zum flieg zu den bienen denn ich will mal schauen wie weit die sich jetzt momentan getan haben muss sie ein bisschen umändern dass er hier nur die crops rausfüllt hat und ist gar nicht so viel aber die produzieren bestimmt noch nicht so viel also ich habe jetzt ca drei tage die laufen lassen ja das kommt ganz gut hin drei tage schon ok wenn ich jetzt hier oben schaue ja das muss ich noch immer noch tüfteln ich glaube das werde ich über das Programm laufen lassen oder über das ME System dass ich das filtern lassen das schaue ich mir aber genauer an so derzeitig laufen sie ja noch weiter also Samen sind ja noch wohl einige drin ich schau mal oben ok da ist jetzt auf jeden fall nichts mehr ah der wird auf jeden fall noch was haben äh na die gibt es sieht okay aus das machen so ein wir hätten jetzt von oben den planter nehmen können äh ich schau mal in oben den planter rein so wie viel hast du noch aber du hast einiges noch war der Server zwischendurch aus ich das kann natürlich auch sein darüber habe ich keine Kontrolle also ob der Server ausgeht oder angeht das weiß ich nicht der könnte jetzt ausgehen und die Aufnahme läuft dann eine Minute und ich muss dann wieder was dranhängen gut das ist auf jeden fall ledig wie sieht es hier aus sieht es glaube ich prima aus ja der Tank ist mittlerweile gefüllt weil ich sowieso nicht so viel produziere weil ich meine noch nicht so viel verbraucht davon mhm davon haben wir auf jeden fall ein paar machen wir jetzt hier ähm die sind doch 10 Cent achso ne ohne sondern so ja dann brauchen wir einen davon einen davon dann brauchen wir das neun mal das heißt oh wie brauchen wir denn insgesamt zusammen schauen so wie Rainer dann 18 18 27 ok können wir auf jeden fall drei stück bauen und jetzt noch einen davon das heißt wir müssen auf jeden Fall von dem Zeug hin ein bisschen bauen also das sollte ich mal mitnehmen das kann ich dann in kann ich das einfach so kaufen jo das kann ich einfach so kaufen das ist okay damit ich die größeren etwas mehr ins laufen bekomme aber das sind immer noch Tiere da drin habe ich hier wieder kleine kleine viecher hier drin irgendwas ist da oben oder da unten ne ich glaube das ist unten diesmal ich nehme mal das gesperrt in der Hund das kann auch da vorne was zu gewesen sein beim Grinder und hier habe ich noch einen Weg zwischen gemacht und ein paar Container wie man sieht die werden dann auch jetzt dann voll laufen hier kommt dann noch so eine Art Gitter glaube ich so mit Metro Blocks vielleicht das machen so mit schwarzen am besten mit den Basalt das können wir das eigentlich gleich auch noch machen ich brauche dann nämlich halt noch ein paar Maschinenblöcke für das Ganze jetzt machen wir erstmal die Dinger fertig damit die zumindest laufen können 3.000 und 1.000 und 1.000 12.000 Vialorum haben wir noch das reicht damit sollten die meisten mit auskommen so machen wir jetzt erstmal ach ne wir brauchen ja paar mehr ich brauche ja nicht nur 3 ich brauche ja da schon einige von ach ne das brauche ich auf jeden Fall nicht also ich brauche 3 ich brauche jetzt brauche ich noch 24 nicht mehr 3 von ja genau 3 Container 27 Blöcke dann nochmal von neu ok zack äh na jo zu viel kann sein dass ich noch welche habe ich da von welche diese oder Casings habe ich da ne aber ist egal macht auch nichts wenn wir 28 von den Casings mit hatten ab zu wir können schon mal den ersten hier aufstellen müssen wir mal gucken dass wir den unterirdisch dann irgendwie verkabeln mal hier ein Loch rein und grabt er mich hier rein ähm machen wir das so ach jo so das gleiche ne wir müssen da drüben anfangen fällt mir ja gerade auf weil ich erst eine Seite fertig machen wollen das wäre ja hier die erste Seite dann kann oder drunter ist aber eine fette Höhle ne kann das wohl sein ui woop ja irgendwo wird schon was sein damit aber mussten ja nicht blöcke oben drauf genau da wollte ich auch das kirschholz für haben stimmt joh das war dann ein Feld also jetzt müssen dann noch half slabs drauf Ich guck mal, was ich dafür welche habe. Ich kann auch so Spoo-Stinger nehmen. Ich glaub, da haben wir sogar welche von. Ach, hier sind die. Slaps. Nehmen wir davon noch welche. What? 130.000... Na gut. Ich sag mal, so viel brauchen wir jetzt gar nicht. Dafür brauchen wir jetzt nur neun Stück. Das kann nicht schön da rein. Aber gebrauchen wir, glaub ich, gerade auch nicht. Ich muss halt noch Untergrund machen. Ich würd' gleich noch Basalt nehmen wollen. Hat auch Basalt. Saltblöcke. Ich glaub, wenn ich von den Covern noch welche machen würde, dann wird das schon okay sein. Und die dann vorne aufwand im Unterhalt nicht drüber fällt. Soll ja ein bisschen einfacher, noch ein bisschen schöner gestaltet werden. Also, ich glaube, das war's dann. Ich kann mich nicht mehr recht daran erinnern, aber ich glaub, wenn ich die jetzt drauf bekomme, ist das der erste. Ah, jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt hat er keine Bienen, genau. Ja, deswegen wollte ich auch Kirschwut oben drauf haben. Und man sieht, das sieht doch ein bisschen komisch aus. Aber wir können's erstmal so lassen. Wir können sie ja noch später umstecken. Wir packen jetzt die da erstmal fleißig rein. Was dann? Wir schlagen's mal auf. Also, ich brauch noch ein paar Filterkarten, denn ich kann ja mit Prioritäten arbeiten, dass ich die Bienen da auch rausbekomme. Ich müsste mal... Ich müsste mal... Wird das funktionieren, wenn ich dem sage, ähm, durch ein Interface produziere mir die Dinger und nicht über die... Das könnten wir mal ausprobieren, ne? Ich probier das gleich mal aus. Ob der das checkt. Da kümmere ich drum, dass ich die da hinten sagen kann, produzieren wir so und so, so viele davon. Kriegt der da, glaub ich, immer einen raus. Und dann schick alles hier hin. So, wir haben gleich. Ähm, ich mach jetzt erstmal zumindest ein Ding fertig. Filterkarten. Die anderen haben wir noch. Dü, 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 dü. Damit der halt die Priorität eins über die Bienen kriegt. Oh, Item Conduits. Ich hab, glaub ich, keine mehr in dem Condombeutel. Ja. Ich hab mir, glaub ich, noch welche vorproduziert in dem Kasten hier. Ich weiß nicht ganz genau, aber Eloi... Ah, okay. Da müssen wir... Warten wir mal... 4.000. Okay, da können wir nochmal 1.000 dafür kaufen. Ach, starte mal. Oh, da hängt eben irgendein Prozess. Der hängt auf 2.000, weil... Pass auf, weil hier irgendwas drinsteckt. Ähm, Glowstone irgendwo hier drinsteckt. Da... Das hab ich aber zu, dass er da... zu viel Glowstone reinpumpt. Ähm... Dann cancel das. Ähm... Produziere den Rest und mach mir dann noch... Das war jetzt hier, ne? Das ist auch relativ, wo das war. Dann mach bitte hier 1.000 Stück und dann ist gut. Start. Okay. Okay. Ah, Item. Ah, 62 Stück. Werde aber noch immer welche brauchen. 1... 2... Okay, da fehlen mir die Blöcke von. Das ist Pulswink gewesen, ne? Äh... Puls... Oh, da haben wir auch nicht mehr viel von. Ich weiß gar nicht, in welchem Rezeptblock ich das habe. So.